Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch zur Besprechung von Blink-Trice. Und ihr erkennt es an meiner Sexy-Stimme, ich bin der Stu und ebenfalls eine sehr sexy Stimme hat, der Chris. Hallo, Chris. Hallo, Stu. Um unsere Stimmen zu erklären, wir haben das ganze Wochenende wild durchgefeiert. Was denkt ihr denn? So sieht's aus. So sieht's mal aus. Wir hatten Champagner, Margaritas, Muay Thai, Pina Coladas, Old Fashion. Wir haben einfach alles weggesoffen, was da war, haben alles weggeraucht, was die Plantage hergegeben hat und haben alles in Pillenform geschluckt, was uns angeboten worden ist. Es war eine wilde Phase, es war eine wilde Zeit. Chef Andi, wir lieben dich, danke für die tolle Zeit bei dir und ich hoffe, deine Frau verzeiht dir, dass es mit dem Teppich passiert ist. Gut, lass uns reden über Blink-Trice, den ersten Spielfilm, den Zoe Kravitz als Regisseurin gemacht hat. Zoe Kravitz kenne ich hauptsächlich wirklich nur als Darstellerin, du vermutlich auch, oder? Absolut. Und sie ist in meiner Gunst stark gewachsen in den letzten Jahren. Also gerade in den letzten Jahren hatten wir ja in Hollywood immer wieder diese Nepotismus-Vorwürfe. Weil du hattest ja eine ganze Menge Kinder von bekannten Leuten, die anfingen, sich einen Namen zu machen. John David Washington, Lily Rose Depp oder auch Jack Quaid. Und sie als Tochter von Lenny Kravitz hätte man da auch schnell in so eine Schublade stecken können. Ach ja, weil ihr Daddy Rockstar ist, kriegt sie jetzt auf einmal hier Rollen und kommt ins Rampenlicht. Aber sie hat wirklich sich eine ganz interessante Filmografie angesammelt. Und sie kann mich wirklich schauspielerisch mehr und mehr überzeugen. Für Leute, die noch nicht mit ihr so vertraut sind oder sie lediglich nur als Catwoman gesehen haben, würde ich da zum Beispiel den großartigen Kimmy von Steven Soderbergh, der vor zwei Jahren erschienen, empfehlen. Ich glaube, ihre populärste Rolle der letzten Jahre war die der Catwoman aus The Batman. Die könnte man auch noch erwähnen. Dann wird mir immer wieder empfohlen, diese High-Fidelity-Serie, die wohl nach einer oder zwei Staffeln abgesetzt wurde, wo sie die Hauptrolle spielt. Aber Zoe Kravitz war für mich immer so, ich kenne das Gesicht. Ich hatte sie aber selbst nie so richtig in die A-Liga verortet. Weil sie immer irgendwie noch so, sie war für mich immer ein bisschen zu eigen, um wirklich der ganz große Star zu werden. Und vor allem, sie hat auch immer ihr eigenes Ding gemacht und das sehen wir jetzt eben hier mit Blink Twice, der, das finde ich ganz interessant, ursprünglich eigentlich mal Pussy Island heißen sollte. Ich kann da Warner und MGM schon verstehen, dass sie gesagt haben, nee, lieber Dein, lass mal besser den Titel umändern in Blink Twice. Das ist, glaube ich, marketingtechnisch ein bisschen günstiger, wobei Pussy Island, es hätte schon gepasst, oder? Es hätte absolut gepasst, wobei ich mich da frage, hat diese News das etwas falsch dargestellt und Pussy Island war der Arbeitstitel und es war niemals vorgesehen, dass das der offizielle Kinotitel werden würde. Weil technisch gesehen, also klar, in den US-Medien, wenn du da zum Beispiel das F-Wort benutzen willst für einen Titel, das kannst du komplett verknicken, das kannst du nicht bringen. Aber das Wort Pussy an sich ist ja jetzt nicht irgendwie was, was ausgeblendet werden muss, wenn du das im Fernsehen sagst oder ähnliches. Also ich glaube, die Zensoren hätten das durchgehen lassen, aber klar, es klingt halt verdammt komisch. Ja, der Film an sich ist stellenweise, wie ich finde, auch ganz komisch, aber nicht nur das. Wir werden uns jetzt darüber unterhalten, bevor wir das tun, aber hier von näher, lieber Chris, eine kurze Zusammenfassung, worum geht es eigentlich in Blink Twice? Die Cocktail-Kellnerin Frieda hat einen großen Schwarm und das ist nicht etwa ein Schauspieler oder ein Rockstar. Es ist der Tech-Milliardär Slater King, der aufgrund gewisser Skandale nun von seiner Geschäftsführerposition zurücktritt und in einem Interview sagt, dass er sich auf eine private Insel zurückgezogen hat, in Therapie geht und das Leben jetzt locker angehen lässt. Frieda ignoriert aber diese angeblichen Skandale und ist immer noch hin und weg von ihm und darf dann auch auf einer Gala als Kellnerin fungieren, bei der Slater King anwesend ist. Es kommt zu einem peinlichen Missverständnis und er wird sogar auf sie aufmerksam. Man redet ein bisschen miteinander, man flirtet ein bisschen miteinander und Frieda glaubt, das war's und ist glücklich genug darüber, dass sie einfach mal mit ihm ein bisschen shakern konnte, aber dann kommt er zurück und fragt sie und ihre beste Freundin einfach so, ob sie denn mitkommen wollen, um einen Trip auf seiner Privatinsel zu erleben, ein Party-Wochenende, Ausschweifungen, Drinks, Sonne, jede Menge Spaß. Frieda und ihre beste Freundin fliegen mit, kommen dort an, bekommen schöne Zimmer zugewiesen, Badeanzüge und schon geht die Party los und sie kann im ersten Moment ihr Glück kaum fassen. Aber dann geschehen plötzlich merkwürdige Dinge. Das Personal verhält sich merkwürdig und Frieda erlebt immer wieder Blackouts. Nach einer durchzechten Nacht wacht sie auf, kann sich an gar nichts mehr erinnern und das liegt nicht nur am Alkohol. Und auch die anderen Party-Gäste wirken immer etwas benommen und können sich an bestimmte Dinge gar nicht mehr erinnern. Als dann plötzlich auch ihre beste Freundin verschwindet, wird ihr klar, hier stimmt was nicht und ich muss handeln. Vielen Dank. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass dieser Film sehr auf eine wahre Geschichte schielt oder sie eine wahre Geschichte als Inspiration genommen hat, um diesen High-Concept-Thriller umzusetzen. Und zwar Jeffrey Epstein und seine legendäre Insel des Grauens, nenne ich es mal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Netflix-Doku gesehen vor einiger Zeit. Ich habe mir nicht alles behalten, aber ich weiß, dass diese Insel, also was da passiert ist, das klingt so absurd eigentlich und so unmenschlich, dass ich mir echt nicht vorstellen konnte, mit meiner eigenen Fantasie, dass das überhaupt passieren kann. Aber es konnte passieren und ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass Zoe Kravitz, die hier auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, ganz klar diese Geschichte hier als High-Concept-Film, als Genre-Film verarbeitet. Siehst du das auch so? Ja, als der Epstein-Skandal bekannt wurde, da habe ich mir auch gedacht, was bestimmte Details davon angeht, oh komm schon, das ist etwas, was sich irgendwie Verschwörungsspinner zusammenreimen. Von wegen hier, die oberen 10.000 feiern widerwärtige, menschenverachtende Partys, bei denen Leuten halt furchtbare Dinge angetan werden. Ihr könnt euch alle denken was, da muss man nicht ins Detail gehen. Und die vertuschen das und kommen damit durch. Das ist immer etwas so, das sieht man in Filmen und das hört man eben von seltsamen Gestalten im Internet rumposaunt oder liest es, wie sie das rumposaunen. Aber man hat irgendwie doch immer die Naivität oder den Glauben an das Gute, dass das nicht wahr ist. Und dass eben Superreiche einfach nur Normalparty machen wie wir, nur mit größeren Mitteln und mit, naja, ein bisschen ausschweifenderen Folgen. Aber als der Jeffrey Epstein-Skandal bekannt wurde, da war ich auch ein bisschen, wow, das öffnet ja Tür und Tor für alle möglichen Spekulationen. Denn man fragt sich dann natürlich, wer war alles darin verwickelt? Und wenn man sich das dann näher betrachtet hat und man sah die Gästeliste und man sah, wie viele Leute Jeffrey Epstein kannte, da waren ja auch Leute auf dieser Insel zu Gast, die respektiert man eigentlich. Oder sagen wir mal so, die haben einen guten Ruf. Was natürlich jetzt nicht bedeuten muss, dass diese Leute auf dieser Insel furchtbare Dinge getan haben. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Und würde man da weiter nachforschen und würde man wirklich alles zutage fördern, was da passiert ist, dann könnte man vermutlich kaum noch ruhig schlafen. Also das ist schon eine ganz heikele Kiste gewesen. Und ich bin eigentlich froh darüber, dass sich jetzt ein Film dieser Sache annimmt. Weil das ist etwas, das sollte man nicht einfach so abtun als hier das Thema der Woche und fertig. Ja, und ich finde auch, dass Zoe Kravitz eine gesunde Dosis Wut in ihren Filmen auch mit einfließen lässt. Das merkt man vor allem immer dann, wenn der Film dir halt offenbart, was da passiert. Dann macht er das wirklich mit einer gesunden Dosis Härte. Also ich war stellenweise überrascht, wie rigoros der Sachen zeigt. Das ist jetzt kein Splatter-Film, das ist kein Film, der sich in Gewalt suhlt. Aber sie schafft es wirklich mit teilweise kleinen Details, das in mir so ein bisschen nicht übel wurde. Aber ich dachte, oh mein Gott, das ist gerade so schlimm. Und das war dafür, dass es ihr Regiedebüt ist, wirklich, ich möchte sagen, fast schon herausragend gut gemacht. Ja, inhaltlich ist das super geschrieben. Also das Skript hat eine Menge Tempo und kommt auch schnell zum Punkt. Aber ihre Inszenierung für ein Regiedebüt, da merkt man wirklich, das ist nicht einfach nur eine Schauspielerin, die sich hier und da was abgeguckt hat. Und dann halte ich da jetzt drauf und lasse die anderen Schauspieler mal ihr Ding machen. Gleich in der ersten Szene war ich schon von ihrem Handwerk unglaublich angetan. Du hast diese etwas träumerische Sequenz, wo du irgendwie so eine Nahaufnahme hast von einem Gecko oder war es ein Chamäleon? Also so ein Tier auf einer Eidechse. Und dann hast du so eine Nahaufnahme davon in so einem träumerischen Look. Und dann hast du so einen wummernden, hypnotischen Ton, der das ganze Kino irgendwie zum Erzittern brachte. Und du merkst gleich von Anfang an, Zoe Kravitz hat ihr Handwerk ordentlich studiert. Sie hat sich ordentliche Regie-Muskeln antrainiert und sie möchte die jetzt auch vorführen. Und das tut sie die ganze Zeit über, wie sie hier mit Schnitten arbeitet, mit einzelnen Kameraeinstellungen, mit Zooms, mit Farbfiltern. Das ist wirklich ganz, ganz gekonnt. Ja, gut, also die Eidechse, da müssen wir ehrlich sein, hat sie aus Futurama geklaut, die Hypokröte. Das muss man ehrlich sein. Kann sein. Aber ja, gebe ich dir komplett recht. Also ich war wirklich sehr positiv angetan, wie gut der Film aussieht und vor allem auch, wie gut er wirkt. Und vor allem, dass er sehr klar seine Position offenbart. Denn für mich so das Mantra, mit dem ich aus dem Film gekommen bin, ist, es geht nicht so sehr ums Vergeben. Es geht mehr um das Vergessen. Und darüber habe ich echt lange nachgedacht. Weil ich dachte, eigentlich stimmt es. Also das, was der Film mir sagt, ich finde, man kann natürlich darüber diskutieren, ob das richtig ist und ob das gut ist. Aber ich finde, ja, wenn es so um Skandale geht in dieser prominenten Welt, ich sage hier nur Cancel Culture, letztlich geht es nicht wirklich ums Vergeben, es geht ums Vergessen. Und das macht der Film ja auch irgendwie schon direkt in den ersten paar Minuten nach der Hypokröte, klar. Weil es fängt ja damit an, dass Slater King, äh King heißt, nee, doch King, wie König, stimmt. Ja, also halt so eine Message raussendet, dass er so eine Entschuldigung macht. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber er sagt halt, ja, es tut ihm leid und er wird von seinem Posten als CEO zurücktreten. Oder er wird Urlaub machen und er ist in Therapie. Und er hat jetzt Hühner, was übrigens stimmt, das sei gesagt, Hühner kommen in dem Film vor. Und dann denkt man so, okay, ja, hat sich verbessert, aber dann braucht es irgendwie 15 Minuten und der Mann ist halt wieder nur am Drogen nehmen und saufen und alle feiern mit ihm mit. Und das ist schon auch eine Aussage. Und wenn ich gerade dabei bin, über die Drogen zu besprechen, was ich auch faszinierend fand, wie Kravitz diese Party inszeniert. Weil am Anfang ist das so eine typische Party mit ganz viel Alkohol und die haben Spaß und springen in den Pool und Smalltalk und ein bisschen Flirterei, alles was dazu gehört. Aber was ich wirklich toll fand, dass diese Einnahme von Alkohol und Drogen nie wirklich aufhört. Weil ich kenne das von mir, ich mache auch gerne mal Party, aber am nächsten Tag bin ich dann auch mal froh, wenn ich einen Kaffee und viel Wasser trinken kann. Aber bei denen geht es ja immer weiter. Es gibt irgendwie kein Maß. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann diese Party, selbst wenn sie immer noch weiter inszeniert worden sind, als positives Ereignis, irgendwann fast schon wirklich als Bedrohungsszenario wahrgenommen habe. Wie war es da bei dir? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich gar nicht richtig drüber nachgedacht, dass es gibt eigentlich während dieses Wochenendes oder dieser ganzen Woche, das kommt auch noch dazu. Du verlierst ja auch irgendwann da das Zeitgefühl und fragst dich, wie lange sind die eigentlich schon da, dass es keine Downphasen gibt. Also auch zum Frühstück hieß es ja schon, kommt Mädels, wir schütten ein paar Shots runter und wer hat Lust, mir einen Joint zu drehen und all das. Dass die diese Partystimmung so unentwegt aufrechterhalten, dass alle Leute sich automatisch eigentlich nur noch danach betäubt fühlen. Wie das halt auch so ist mit Leuten, die sich eben in diesen Sphären bewegen oder in dieser sozialen Schicht bewegen. Halt für die ist das nicht nur ein Hoch, wo man mal vom beruflichen Alltag eine Pause macht, um eben sich zu entspannen und sich zu amüsieren. Für die ist das der Alltag, das geht so in Fleisch und Blut über dieses Verhalten und dieses Dauerkonsumieren, dass man dann eben, naja, härtere Sachen braucht, um eben noch einen Kick zu erfahren. Und dann führt halt eins zum anderen. Und das stimmt, diese völlige Beiläufigkeit, dass man schon zum Frühstück da Shots runterschlürft und dass man das eigentlich die ganze Zeit über macht. Und überhaupt nicht mehr Phasen hat zum Ausruhen und was das auch mit deiner Wahrnehmung macht und mit deinen Gefühlen. Das wird schon hier unterschwellig, schon sehr unangenehm inszeniert. Was mir auch gefallen hat, sind die Darsteller. Natürlich am populärsten, da müssen wir nicht drüber reden, ist, glaube ich, Channing Tatum als Slater King. Aber mir hat auch die Hauptdarstellerin Naomi Aki sehr gut gefallen. Die habe ich zuletzt gesehen als Whitney Houston in diesem Whitney Houston Biopic. Ich glaube, I Want A Dance With Somebody hieß der. War für mich zumindest ein ziemlich vergessen wertes Biopic. Aber sie war gut und sie ist auch jetzt hier wieder gut. Sie verkörpert recht gut diese Ahnungslosigkeit, diese Unschuld, aber halt eben auch nach und nach diesen Kampfeswillen. Und es ist ja immer wichtig bei so einer Art von Film, dass man mit der Hauptfigur auch mitfiebert, dass man mit ihr auch sympathisiert. Und das hat sie sehr gut hinbekommen. Und im Gegensatz dazu, finde ich, ist Channing Tatum halt jemand, der... Auch so eine Nettigkeit ausstrahlt. Also Channing Tatums Figur wirkt auf den ersten Blick einfach nett. Mit dem könntest du dir wirklich vorstellen, Party zu machen. Du könntest dir aber auch gut vorstellen, mit dem einfach nur dich nett zu unterhalten. Und dem Drehbuch gelingt es, mit Channing Tatums Hilfe natürlich, dass auch nach und nach diese Risse entstehen, die immer größer werden. Und am Ende des Films, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber am Ende des Films würde, hätte ich mit Slater King nicht gerne, wäre ich nicht gerne essen gegangen oder mit ihm unterhalten. Aber er wurde auch nicht so als durchgängiger Dämon dargestellt. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Aber am Ende dachte ich mir, ja, Slater King ist nicht der, der er zu sein scheint. Aber letztlich ist er ja auch nur irgendwie vielleicht so, ja, das Ergebnis eines sehr pervertierten Systems. Was sagst du dazu? Das macht sie wirklich sehr gut am Ende, weil es wäre ja auch unsinnig zu sagen, diese Person ist der Grund allen Übels und mit dieser Person fängt es an, das geht es ja nicht. Wir sind ja alle immer betroffen und werden geformt von dem, was vor uns kam und Elternhaus und Lifestyle, Jugend, wie man aufgewachsen ist, mit was für Leuten man verkehrt hat. Und das wird bei ihm auch ziemlich klar, dass er, er hat eine sehr pervertierte Philosophie darüber, wie man mit solchen Dingen umgeht. Das wird am Ende sehr schön. Also der Film nimmt ihn nicht da aus der Verantwortung, aber der Film zeigt halt auch, ja, sowas passiert halt und Menschen, die stark sind, die wiederholen diese Zyklen des Missbrauchs nicht. Und Menschen, die nicht stark sind, die können halt so werden wie er. Und das wird auch sehr schön dargestellt, ohne allzu sehr ins Melodramatische abzugleiten. Also für ein Regiedebüt muss man das erneut betonen, ist das wunderbar, was für einen Ton Zoe Kravitz hier anschlägt. Die dramatischen Momente, die schlagen einem schon in die Magengrube, aber es wird nie zu sentimental. Es wird das Recht nie dabei auf die Tränendrüse gedrückt. Diese furchtbaren Dinge wirken einfach. Und wir kriegen mögliche Erklärungen dafür. Wir sehen halt, wie manche Leute auch eine passive Rolle einnehmen. Das kritisiert der Film ja auch ganz stark. Auch in Form von Slater King, was sehr interessant ist, dass er ja auch Leute nicht ausstehen kann, die passiv sind und einfach mitlaufen. Und dass er sich praktisch schon wünscht, dass Leute Widerstand zeigen gegen das, was er da tut. Weil er auf einer unterbewussten Ebene auch wo weiß, dass das falsch ist. Aber dabei aber niemals irgendwie allzu sehr emotional in die eine oder die andere Richtung ausschlägt. Also die Balance hier ist wirklich sehr gut. Und wo ich auch überrascht war, war, also wir haben es ja schon angesprochen oder du hast es angesprochen in der Synopsis, dass Frieda ja mit anderen Frauen da ist. Und ich dachte ganz kurz zu Beginn, oh Gott, jetzt gibt es halt so einen Stickenkrieg, weil es vielleicht so wird wie bei irgendwelchen Trash-TV-Formaten im Fernsehen. Okay, aber nein, diese Frauen sind, also die sind nicht immer freundlich zueinander, die kabbeln sich auch hier und da vielleicht ein bisschen. Aber es ist niemals so, dass es, oh, so wir mögen uns jetzt nicht, weil ich bin eine Frau und du bist eine Frau. Es ist kein, es gibt niemals so einen richtigen Catfight und es entstehen sogar nach und nach Freundschaften. Also das hat mir auch gefallen, dass Zoe Kravitz da auch versteht, wo sie es auch mal ein bisschen zurückfahren muss und wo sie halt nicht den Regler auf 10 stellen sollte. Das fand ich auch sehr angenehm. Ja, sie ist da wahrscheinlich auch selber genervt von. Also als Frau in diesem Business ist ja bekannt, man muss bestimmte Erwartungen erfüllen und in bestimmte Rollen schlüpfen. Also nicht nur vor der Kamera, auch im öffentlichen Auftreten in bestimmte Rollen schlüpfen, damit man gemocht wird, damit man sich einen Namen in der Branche machen kann. Und sie ist das wahrscheinlich gewohnt, dass man von ihr als Frau erwartet, benimm dich so und so. Und das kommt halt auch gut an. Und klar, wie du schon diese Reality-Formate erwähnt hast, die sind ja nun mal auch ganz groß da immer im Kommen, haben wir nun mal auch leider ein großes, starkes weibliches Publikum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Zoe Kravitz als eben dementsprechend emanzipierte, intelligente Frau sich sowas anguckt. Und sage, ach, das ist so ein dämlicher Schwachsinn, ehrlich. Also sowas will ich in meinem Film hier überhaupt nicht haben. Ja. Da, wo sie Klischees vermeidet, da gibt es aber auch Momente, wo sie durchaus Klischees nutzt. Und das meine ich im positiven Sinne, denn Channing Tatum ist ja nicht der einzige Mann auf der Insel. Er hat ja auch seine Freunde, seine Entourage mitgebracht. Die wird gespielt von Christian Slater, Simon Rex und Hayley Joel Ossman. Und ab und zu kommt auch mal Kyle MacLachlan und Gina Davis vorbei. Und gerade halt die ersten drei genannten, sind so Figuren, die, ich fand die hochgradig amüsant, wie sie dargestellt wurden. Weil ich habe da so diese typischen Männertypen irgendwie gefunden, die halt schon wirklich fast schon parodiert werden. Also, aber auch so nonchalant. Also zum Beispiel, Hayley Joel Ossmans Figur frisst die ganze Zeit Eier. Du weißt nicht, warum er das tut, aber ihm sind diese Eier komplett wichtig. Und er wirkt auch immer so, dass er so versucht, sich immer so als der Platzhirsch zu etablieren. Weil er halt, sei mir ehrlich, ist Hayley Joel Ossman und Hayley Joel Ossman hat jetzt nicht die männlichste Physis von allen, trotz Vollbart. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir gefallen hat, weil so wie Kravitz diese Männer auch immer ein bisschen unsicher inszeniert. Also sie zeigt immer die Unsicherheit der Männer so ein bisschen raus. und macht sich auch immer ein bisschen über sie lustig. Aber auf so eine ganz, ich möchte sagen, dezente Art und Weise. Also am Ende des Films taten, also nee, anders ausgedrückt, während des Films taten mir die Jungs hin und denen waren wirklich ein bisschen leid. Am Ende des Films fand ich sie einfach nur wirklich, ja, auslachenswert. Wie fandest du die Entourage von Channing Tatums Figur? Also, Leid tun, nee. Ich fand schon, da kann ich, da kann ich... Du hast kein Herz für Männer. Nee, überhaupt nicht. Auch nicht für mich selbst. Für niemanden. Nee, also Leid tun, da konnte ich nicht mitgehen, weil für mich wirkten diese Typen von Anfang an wie so typische falsche 50er, die sich halt an diesem Milliardär hängen und ja, mein bester Kumpel und so weiter, aber... Also das meinte ich damit. Weißt du, ich hatte immer das Gefühl, die hängen sich so an ihm dran, weil sie genau wissen, sie sind halt eigentlich komplett von ihm abhängig, ja. Und das tat mir irgendwie fast ein bisschen leid, weil wenn Freundschaft nur das ist, dass ich meinem Kumpel beweisen muss, dass ich ja einer von ihm bin, ja, und alles hofiere, weiß ich, ob das eine gute Freundschaft ist. Also, deswegen taten sie mir halt schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja, das ist das Ding, sie könnten einem leid tun, wenn sie irgendwas noch Sympathisches oder Wiedergutmachendes an sich hätten, aber das waren ja alles nervtötende Kotzbrocken. Also, das ist auch wieder, da kommen wir wieder dazu, was für einen Ton Zoe Kravitz anschlägt. Diese Typen sind alle ziemlich unsympathisch und können einem schnell auf die Nerven gehen, aber die sind nicht so comicartig inszeniert, dass sie von Anfang an wirken wie Figuren in einem Slasher-Film, die dir auf die Nerven gehen sollen. Also klar, die machen blöde Sprüche, die benehmen sich den Frauen gegenüber nicht immer freundlich, aber es hält sich alles immer noch so in der Waage, aber die kommen halt wirklich rüber wie Leute, mit denen würde man nicht wirklich gerne seine Zeit verbringen. Oder aber nicht dabei so auf die Kacke zu hauen diesbezüglich. Ein Vergleich, den ich da anstellen möchte, ist der zweite Benoit Blanc-Film, also Glass Onion von Rian Johnson. Halt diese Truppe auf der Insel, die sich da um Edward Nortons Milliardärsfigur versammelt. Die sind, obwohl ich den Film sehr mochte, für mich alle ziemlich comicartig überzogene Karikaturen. Hier waren das einfach nur ganz gewöhnliche Douchebags. Nicht zu sehr in irgendeine Richtung ausschlagend, ganz gewöhnliche, wohlhabende Douchebags, die man halt aushält, deren Gesellschaft, aber wo man sich auch denkt, ja, ich möchte mit diesen Leuten nichts mehr da zu tun haben. Ich glaube, es ist nach guter Hälfte, wo Blink-Trice ja so richtig offenbart, was hier gespielt wird. Und da sei gleich gesagt, wenn ihr wollt, dass euer Film alles logisch perfekt erklärt und dass es alles in der Hinsicht, in der Realität verankert ist, dass es auch bei uns in unserer realen Welt so funktionieren könnte oder würde, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht sagen, dass Zoe Kravitz hier ein übernatürliches Element integriert, aber sie nutzt halt schon die Möglichkeiten des Genrefilms und des Kinos. Genauer ins Detail gehe mir jetzt hier nicht. Hat dich das gestört? Nein, gar nicht. Es hat sich organisch in das Geschehen eingefügt. Es war nachvollziehbar. Es hat ja auch dafür gesorgt, dass es hier und da noch ein paar Überraschungen gab. Das kommt ja auch dazu. Weil du siehst, auch wenn du dir die Inhaltsangabe vorher nicht durchgelesen hast, auch wenn du nichts darüber weißt und vollkommen blind da reingehst, du siehst diesen Plotaufbau am Anfang und du hast eine Ahnung, wo es hingeht. Ich meine, die Charaktere machen ja selber auch ein paar vierte Wand durchbrechende Witze darüber. Friedas Freundin sagt ja am Anfang, ja, und wann kommt dir wohl das Menschenopfer? Vor oder nach dem Abendessen? Haha. Du kannst dir schon denken, wo das hingeht. Aber durch diese Elemente, die Zoe Cravester eingebaut hat, gibt es doch hier und da ein paar Überraschungen. Also ich wurde, hab mich dabei ertappt. So, oh, das und das hab ich so nicht kommen sehen. Ich hab gedacht, das wird anders ablaufen. Ja. Das find ich auch, weil manchmal wird sie halt wirklich drastisch und manchmal bleibt sie halt sehr dezent und reduziert. Ich hab mich auch ein paar Mal wirklich im positiven Sinne überrascht. Also wie gesagt, wir holen uns, aber für ein Regiedebüt ist das wirklich richtig gut umgesetzt. Und jetzt kommen wir mal zu der Phase des Films, in der ganz klar ist, jetzt wird halt eben, jetzt kommt die Spannung raus, jetzt kommt so ein bisschen der Thriller raus, jetzt kommt durchaus auch Horror raus. Vielleicht hin und wieder gibt es sogar leichte Phasen, wo man den Filmen eine gewisse leichte Slasher-DNA zusprechen kann. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht der spannendste Film, den ich gesehen habe in letzter Zeit, aber er funktioniert auch hier wirklich richtig gut. Und das liegt wirklich daran, finde ich, dass Zoe Cravitz niemals, niemals wirklich ihre Kernthematik aus den Augen behält und bleibt immer wirklich bissig und satirisch bis zum Ende. Und das fand ich wirklich toll. Und ich würde ihn wirklich sehr stark auf eine Ebene setzen mit John Peels Regiedebüt Get Out. Was ja auch passt, weil auch da waren wir alle so ein bisschen überrascht, dass ein Typ, der vorher nur als Komiker aktiv war, dass der ein Regiedebüt macht, dass es ein Horrorfilm ist und dass der so gut ist. Das ist also, ich finde, Blink-Schweiß und Get Out kann man doch ganz gut vergleichen. Ja, einfach diese vollkommene Selbstsicherheit, dieses Selbstbewusstsein bei der Inszenierung mit ruhiger Hand. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich weiß ganz genau, wie ich es erzählen will. Und ich weiß ganz genau, welche Töne ich anschlagen möchte und was für Themen ich berühren möchte. Diese absolute Selbstsicherheit bei der Inszenierung, die hatte Jordan Peele bei Get Out und die hat Zoe Kravitz hier nun mal auch. Weil es stimmt. Auch beim Showdown hat man nicht das Gefühl, das schlägt jetzt hier in trashigen Revenge-Porn um. Von wegen, jetzt werden hier die Kettensägen ausgepackt und jetzt geht es ans Eingemachte. Hier auch, es bleibt im Rahmen des Vorstellbaren, was hier im letzten Drittel passiert. Und das ist halt durchgehend sehr, sehr angenehm. Und ich war auch, ich habe mich darauf eingestellt, nach den ersten Reaktionen in den USA, dass der schon solide ist und dass Zoe Kravitz hier was Solides abgeliefert hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das mit so viel Raffinesse und auch mit so viel technischem Know-how umsetzt, als ob sie das schon längere Zeit machen würde. Das ist jetzt wieder einer dieser Fälle, wo ich sage, ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was sie als nächstes macht. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht zur Regie Eintagsfliege wird und dann die nächsten Projekte verhunzt. Ich meine, man sollte bei sowas mal vorsichtig sein. Aber wenn man ein Gebüht hinlegt, das so ist, dann kann ich nicht anderes sagen, als ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was von ihr noch kommen wird. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich den hier am Ende des Jahres in meiner Jahrestop-10 wiederfinden werde. Ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Und ich glaube, dass das so gut geworden ist, liegt zum einen, hat sie Frau vielleicht einfach auch für Talent. Sie hat vermutlich in den letzten Jahren auch bei vielen Größen abgeguckt. Ich meine, sie hat ja mit Leuten gedreht wie George Miller, Phil, wie hieß der? Matt Reeves heißt der nicht, Phil Reeves. Matt Reeves von The Batman und ganz vielen anderen Leuten. Also man merkt halt einfach schon, dass sie a, etwas inszeniert, was sie, glaube ich, selbst sehr mag, nämlich so Satire, Thriller, Horror, Komödie. Aber halt eben, dass es vor allem die Thematik ist, die ihr wichtig ist. Und was ich eben auch ganz toll finde, man merkt, dass der Film auch eine gewisse Schärfe hat. Der hat einen gewissen Wumms. Der haut auch gerne mal mit der Faust auf den Tisch. Aber ich hatte niemals das Gefühl, dass er mich als Mann irgendwie anschreit und sagt, ich bin schuld. Das macht er eben gar nicht. Das fand ich auch sehr angenehm. Denn ich sag's ganz ehrlich, viele glauben jetzt, ich persönlich habe keine Insel und kann deswegen auch nicht solche Orgien stattfinden lassen. Es tut mir leid. Ja, interessant ist da halt wieder Zoe Kravitz' Background. Weil sie ist die Tochter eines weltberühmten Rockstars. Sie kam sehr früh schon mit dem Showbusiness in Kontakt. Und sie muss natürlich auch ab einem jungen Alter sehr früh mitbekommen haben, was hier und da hinter den Kulissen und hinter verschlossenen Türen so passiert. Und deswegen glaube ich, hat Zoe Kravitz ein sehr, sehr frühes Verständnis dafür entwickelt, wie solche Männer mit unbegrenzter Macht halt nun mal vorgehen, was man von ihnen erwarten kann, was man vermeiden sollte, wenn es um den Kontakt mit diesen Leuten geht. Und so geht irgendwie die Behandlung dieses Themas bei Zoe Kravitz in Fleisch und Blut über. Vielleicht ist deswegen auch diese Inszenierung so sicher und vermittelt den Eindruck, als hätte sie schon öfter inszeniert. Weil sie einfach hier in ihrem Element ist. Weil sie wahrscheinlich das gewohnt ist. Weil sie selber mit Sicherheit schon mal auf einer Partyinsel von einem Millionär oder Milliardär war, der halt ihren Vater kannte und dergleichen. Also sie schwimmt hier praktisch absolut in ihrem Element. Und sie weiß auch ganz genau, was sie hier zu erzählen hat. Weil, ja, sie hat dieses Metier nun mal offensichtlich mit der Muttermilch aufgesaugt. Hm, ja, das stimmt. Das habe ich, das stimmt. Es ergibt alles Sinn. Ja. Das ist, ähm, aber ich sehe es genauso wie du. Ich bin auch wirklich gespannt, was ihr als nächstes macht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Film, wenn er dann mal rauskommt, vielleicht auch wirklich einen gewissen Hype vielleicht auslöst. Weil aktuell ist es so, ich weiß, er kommt am 22. August raus, zumindest in Deutschland. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, so viele Werbemaßnahmen dafür stattfinden. Wobei, du warst ja letztens im Urlaub, äh, und da war es anders, oder? Ja, äh, kurzer privater Einschub. Ich war letzte Woche auf Lanzarote. Und wenn ich mich dann abends in meinem Hotelzimmer aufs Bett knallte und den Fernseher einschalte, um einschlafen zu können, da sah ich im spanischen Fernsehen ein paar Werbespots für den Film. Und der heißt da übrigens in Spanien nicht Blink Twice. Der hatte einen sehr langen spanischen Titel, den ich natürlich nicht wiedergeben kann. Aber, ja, ich habe im Ausland Werbung dafür gesehen. Aber ich meine auch, das wird so ein zeitgleiches Ding. Der startet auch nächste Woche in Amerika, nächste Woche Freitag. Also, also, dann wäre es der 23. August. Genau, also, er startet wirklich auf den meisten Märkten jetzt, äh, zwischen dem 22. und 23. August. Ähm, und, ja, ich hoffe sehr, dass er erfolgreich wird. Also, ich glaube, wir sind uns einig, das wird jetzt kein Milliardenfilm werden. Das wird er nicht schaffen. Aber, äh, er hat einfach sehr, sehr gute Qualitäten und es verdient, es gesehen zu werden. Weil, ganz ehrlich, selbst, wenn du diesen ganzen Subtext abstrahierst, selbst, wenn du dich dafür nicht interessierst, selbst, wenn du nicht mal weißt, wer Jeffrey Epstein ist, ist das einfach ein verdammt gut gemachter und verdammt unterhaltsamer Film. Ja, das kann man als Gesamtfazit so stehen lassen. Also, das ist, das sei noch gesagt hier, falls das irgendwie in der Besprechung jetzt nicht durchkam. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse über den Epstein-Fall, weil streng genommen geht es nicht um den Epstein-Fall. Er dient als Inspiration. Epstein oder auch andere Männer, die so waren wie er, die halt, er ist halt der Einzige, bei dem es so ans Tageslicht gekommen ist. Aber seien wir realistisch, es gab mehrere von diesen Typen und gibt es immer noch, die so eine Scheiße abziehen. Von daher, ja, man muss nichts über irgendwas wissen, was in der Realität diesbezüglich ans Tageslicht kam. Man kann den Film einfach so genießen, wie er ist. Ja, ich glaube, damit sind wir hier mit durch. Jetzt würde ich sagen, klatsch nur noch schnell ein Fazit rein. Wobei ich glaube, es ist klar geworden, dass weder Chris noch ich jetzt nicht sagen werden, dass der Film gescheitert ist. Ich fange mal an, ich sage einfach, top Film, wirklich. Ich habe nach den ersten Stimmen schon gedacht, der wird gut, aber dass der mir so gut gefällt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist ein Film, der hat Spaß gemacht, der war kurzweilig, der hat mich überrascht, der ist toll gespielt, sieht fantastisch aus, hat mich aber auch stellenweise verstört, was ich immer sehr gut finde, wenn ein Film das schafft, gerade wenn er eine Thematik behandelt, die durchaus wichtig ist und die auch eine gewisse Härte einfach benötigt, damit man auch mal versteht, worum es eigentlich geht. Und was auch wichtig ist, ich bin aus dem Film rausgekommen und ich habe ihn so mitgetragen. Also ich habe immer noch über diesen Film nachgedacht und das ist auch viel wert und von daher von mir wirklich eine ganz, ganz glasklare Empfehlung. Guckt euch gerne am 22. August, wenn ihr in Deutschland startet, blinkt Schweiß an. Chris, wie ist es bei dir? Ja, über kann ich alles genau so übernehmen. Wichtiger Film, guter Film, sollte gesehen werden, A, wegen der Thematik, B, weil er es einfach verdient hat und C, weil Zoe Kravitz beim Start ihrer Regie-Karriere auch ermuntert werden sollte, weiterzumachen. Sie hat hier ein heißes Eisen angefasst und es wäre wirklich bitter, wenn das von der Allgemeinheit ignoriert wird. Gebt der Frau einen guten Start in ihrer Regie-Karriere und seht ihn euch an. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich fleißig weitere Tele-Stammtisch-Podcasts euch anhört. Die gibt es auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de Ihr könnt auch gerne mal bei unserem Community-Server bei Discord reinschauen, tele-Stammtisch.de slash Discord. Da könnt ihr mit uns über Filme reden, über Serien, über anderes Zeug und könnt uns auch Feedback gerne dalassen. Genauso übrigens wie in den Kommentaren, denn Tele-Stammtisch gibt es wie gesagt überall dort, wo es Likes und Kommentare gibt und Podcast natürlich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und Chris, dir gebührt das letzte Wort. Jetzt ist Schluss mit den Shots. Jetzt gibt es nur noch jede Menge Mineralwasser. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.